Wo kann man denn überall Charaktere im Park treffen? Hallo, mein Name ist, was ich wieder eingeschaltet habe zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zum Thema Charaktere. Ja, wo im Park, in den Hotels, in beiden Parks kann man denn Charaktere treffen? Und jetzt denkt ihr euch, ja, das steht ja in der App, das sage ich ja auch immer. Und ja, viele stehen in der App, aber viele auch nicht. Es gibt Spots, die stehen leider nicht in der App. Keine Ahnung wieso, fragt mich nicht. Aber dem ist so. Und deswegen mache ich jetzt dieses Video und ich habe mir fleißig Notizen gemacht. Gehe von Land zu Land, zeige euch auch die Locations in der App. Also ich werde ein Screenshot von der App zeigen und dann so ein Sternchen drauf oder so ein X drauf machen, wo sich die Location genau befindet. Ich werde versuchen zu beschreiben, wen man da antreffen kann, wenn man Glück hat. Also wenn es jetzt nicht die vorgeschriebenen Sachen in der App sind. Ich werde auch die App-Sachen nochmal durchgehen. Und wenn ich Fotos habe von den Locations, wo ich mal irgendjemanden getroffen habe, werde ich sie euch auch einblenden. Ja, das ist so der Plan. Und am Ende gebe ich euch noch Tipps, wann man am besten Charaktere trifft und ja, noch ein paar Tipps und Tricks. Genau. Aber ich würde sagen, dann starten wir erstmal natürlich auf der Main Street. Auf der Main Street, ich bin noch ein bisschen erkältet, haben wir einmal Mickys Haus. So nenne ich es einfach mal. Da wohnt aber irgendwie jeder drin. Da wohnt nicht nur Micky drin, da wohnt aktuell, glaube ich, Winnie Pooh drin. Und in Halloween wohnt da Max drin. Und das ist auch in der App eingezeichnet. Also ihr seht jetzt, wo es ist. Die Zeiten findet ihr dann auch in der App. Es gibt aber auch Locations, zu denen ich später komme. Die stehen nicht in der App, aber da stehen Zeiten im Park an so einer Tafel. Und dann gibt es auch die dritte Möglichkeit. Da gibt es gar keine Zeiten, weder im Park noch in der App. Die sind einfach dann spontan. Aber das sind so Locations, wo es immer mal wieder vorkommt, dass es Charaktere gibt. Also einmal haben wir Mickys Haus. Da, wie gesagt, jetzt an Christmas könnt ihr da Winnie Pooh treffen. Ich glaube, an Halloween war Max da. Und wer sonst da steht, ich glaube Donald und keine Ahnung, wer da noch alles stand. Auf jeden Fall wechselt das natürlich je nach Season. Und das ist auch jetzt der Fall. Also wenn ich euch was sage, dann sind es Beispiele aus der Vergangenheit. Das kann sich natürlich auch immer wieder ändern. Genau. Dann haben wir weiter auf der Main Street bei Ribbons and Bows. Das steht nicht in der App. Und da stand man, glaube ich, in der App. Aber das Meet and Greet wurde, ich glaube, vor, keine Ahnung, vor kurzem dann wieder gecancelt. Da stand auf jeden Fall dieses Jahr Max. Da haben wir auf jeden Fall ein Foto mitgemacht mit Brina. Da nenne ich mich, glaube ich, im Februar oder so. Ich weiß nicht, ob wir dicke Jacken hatten. Und früher an Halloween stand da auch Goofy mit seiner Candymaschine und so weiter. Also das ist bei Ribbons and Bows, direkt bei dem Shop an der Ecke. Dann haben wir Casey's Corner, Schrägschicht Liberty Arcade, sage ich mal. Das steht aber auch in der App drin wieder. Da könnt ihr aktuell im Winter Stitch antreffen. Ne, Quatsch. Chip and Dale. Stitch war dann Halloween. Und ich weiß nicht, wer da sonst in der normalen Season steht. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Wenn ich ein Bild finde. Ich weiß, es ist auch immer Donald stand und so. Wie gesagt, das wechselt immer. Da müsst ihr leider dann meine Storys verfolgen auf Instagram, wenn ich im Park bin. Oder meine Videos. Oder halt bei anderen schauen, bei Twitter oder so. Wenn eine neue Season startet, jetzt dann ab 8. Januar, werden die Charaktere auch wieder wechseln. Und dann könnt ihr auch immer schauen, wer dann da steht. Aber das steht, wie gesagt, auch in der App. Und der letzte Spot auf der Main Street ist bei Plaza Gardens. Genau vor dem Plaza Gardens. Da geht so eine kleine Treppe runter. Und da ist auch eine Einbuchtung. Und da stehen auch oft sehr, sehr viele Charaktere. Letztes Jahr an Weihnachten war da auch Stitch. Ich glaube, an Halloween stand da Goofy mit seiner Candy Machine. Ansonsten haben wir da auch oft immer die Winnie-Pooh-Charaktere. Ich glaube, IA und Tigger stehen da im Jahr mal verteilt. Ja, das seht ihr da in der Einbuchtung. Und ich meine, es gibt vielleicht in der normalen Season, steht es sogar in der App. Aber aktuell steht es halt nicht drin. Und deswegen habe ich es jetzt bei mir mit Sternchen angekreuzt, dass es nicht in der App drin steht. Das kann sich, wie gesagt, von Season zu Season auch in der App ändern. Aber das ist jetzt erstmal der aktuelle Stand jetzt hier im Januar 2024. Ja, das war es auf der Main Street. Gehen wir weiter ins Frontierland. Im Frontierland habt ihr einmal das Meet & Greet beim Phantom Manor. Da ist aktuell noch Jack Skeleton da. Aber war ein Halloween da und auch an Weihnachten. Ein Halloween sogar mit Sally. Und ansonsten steht da meistens Phantom Mickey. Oder Pluto in seinem Phantom Manor Outfit. Ja, ich glaube, das sind so die zwei, die da noch so stehen können. Das steht aber auch in der App drin. Dann haben wir zwei Locations im Frontierland. Die sind ein bisschen versteckter und stehen auch nicht in der App. Einmal beim Cowboy Cookout. Das heißt, das Restaurant da, das Schnelle-Biss-Restaurant ganz hinten, wo ihr auch zum Lion King Theater geht. Da habt ihr einmal ganz rechts in der Ecke ein Meet & Greet Point. Meistens mit Minnie in ihrem Cowboy Outfit. Aber letztens habe ich auch gesehen, Mickey und Minnie in ihrem normalen Outfit waren da. Minnie in ihrem normalen Outfit mit Pluto. An Halloween war da Goofy in seinem Skeleton-Outfit. Also es wechselt auch immer. Und die Zeiten stehen da überhaupt nicht dran. Aber es ist ein regelmäßiger eigentliche Meet & Greet Point. Man muss Glück haben. So generell kann man sagen, schaut mal gegen 12 Uhr vorbei. Das ist so, was ich euch als Tipp geben kann. Das war ein Halloween so, dass wir gegen 12 Uhr dann da waren und da waren halt Skeleton Goofy. Ja, leider ist es immer wieder so, dass man Glück braucht bei vielen Spots, die nicht in der App drin stehen, um zu schauen, ob die Charaktere dort sind. Könnt ihr Mittagessen im Cowboy-Cookout-Einplan? Da kann man auch gut im Sommer außen sitzen und dann schauen, okay, bewegt sich was. Wenn man schon sieht, okay, die Schirme werden irgendwie aufgespannt, kommt die Cast-Member oder bilden sich von Schlangen. Dann sind das so Indizien, dass da demnächst ein Charakter kommt. Und ansonsten schaut die Lion King Show und dann geht nochmal raus und guckt, okay, kommt der Charakter. Genau, und dann fast gegenüber, ich nenne es noch beim Pintrading Shop, aber ihr seht es ja einmal eingezeichnet, ist tatsächlich ein fester Meet & Greet Point. Der steht aber nicht in der App, aber die Zeiten stehen dann da. Jetzt an Weihnachten war es Goofy. An Halloween war es Mickey und Minnie in deren mexikanischen Outfits. Und ansonsten steht, glaube ich, da Goofy in seinem Cowboy-Outfit. Und das ist, wie gesagt, wenn ihr Richtung Pintrading Shop lauft, Richtung Pocahontas-Spielplatz, da auf der linken Seite kommt das Meet & Greet. Wie gesagt, da steht aber auch ein Schild, mit welchem Charakter ihr dann rechnen könnt und mit den Uhrzeiten. Da müsst ihr dann mal vorbeischauen. Ich habe es bei Moni letztes Mal gezeigt, die Uhrzeiten, wann jetzt Goofy da ist an Weihnachten, aber das kann sich natürlich auch immer ändern. Meistens so ab 10.30 Uhr bis 14 Uhr und dann nochmal nachmittags, aber wie gesagt, keine Gewehr. Und dann gibt es noch das letzte Meet & Greet einmal im Frontierland beim Durchgang zum Adventureland. Also da gibt es ja den Eingang durch die Büsche, ich glaube an den Toiletten vorbei. Und da könnt ihr aktuell zum Beispiel Rafiki treffen. Aber wir haben da auch jetzt, als wir da waren am Sonntag, Rafiki mit Timon getroffen. An Halloween standen da Chippendale in deren Geisteroutfits, also es wechselt auch immer mal durch. Sogar Balou könnt ihr da mal antreffen oder so. Genau, aber das steht auch in der App und das könnt ihr euch dann anschauen, die Zeiten. So, wandern wir weiter ins Adventureland. Da haben wir einmal, das haben wir beim letzten Mal, hatten wir Glück und ich sehe das auch immer bei X. Also ich gucke immer auch bei Twitter, wenn ich unterwegs bin. Twitter, das neue X. Ich sage immer noch Twitter dazu. Bei DLP Report oder ED92, die posten nochmal, wenn es Random Charaktere gibt auf X. Aber dann ist es meistens schon irgendwie zu spät oder es ist ein bisschen verspätet. Also bei vielen braucht ihr echt Glück und das hatten wir bei Donald & Daisy, als wir da waren. Und zwar, wenn ihr auf den Weg zu Indiana Jones hingeht. Wir haben es auch nur beim Vorbeilaufen gesehen, dass da Daisy und Donald zusammenstanden. Und ja, das ist auch ein oft ein Spot, wo dann halt Random Charaktere sind. Ich weiß, dass auch Merida mal da war oder auch, jetzt lag es mir auf der Zunge. Jetzt habe ich es vergessen, wenn er nochmal stand. Also auf jeden Fall manchmal Clarice. Jetzt habe ich, heute glaube ich, habe ich gesehen, Clarice stand dort. Also wenn ihr eben zum Indiana Jones geht, da ist ja auch so ein Cast-Wemba-Ausgang. Direkt an diesem großen Tor, da trefft man oft auch spontan Charaktere. Aber das ist wirklich keine feste Uhrzeit. Und ja, müsst ihr einfach mal vorbeischauen, wenn ihr Glück habt. Generell kann man sagen, so um die Mittagszeit, so morgens ab 10, 11 bis so mittags 14, 15 Uhr, habt ihr die besten Chancen, Charaktere irgendwo im Park zu treffen. So spontane Charaktere. Dann haben wir den Meeting Point bei Hakuna Matata. Der steht auch in der App wieder drin. Aktuell kann man da Balou treffen. Das ist direkt rechts um Hakuna Matata rum. Da ist so ein Pavillon und so ein bisschen versteckt. Und da kann man aktuell Balou treffen. Ja, es ist meistens so irgendwie Balou, King Louis oder so. Genau. Dann gibt es Le Passage Enchant d'Aladdin. Da haben wir jetzt letztes Mal Jafar getroffen, spontan. Ich weiß, dass da auch manchmal Aladin mit Yasmin stehen. Das ist im Prinzip beim Ausgang vom Le Passage Enchant d'Aladdin. Das ist dieser Durchgang beim Café Agrabah. Das ist ja dieses Durch-G-Attraktion. Und da im Ausgang steht auch oft, wie bei uns letztes Mal jetzt Jafar, aber da stand auch mal Genie oder halt Aladin mit Yasmin. Das war aber auch spontan. Genau. Dann haben wir auch nochmal Aladin. Der steht aber nicht in der App, aber draußen. Im Park ist ein Schild mit den Uhrzeiten. Das ist bei, wenn ihr ein Stück weiterlauft Richtung Adventureland, Fantasyland, den Weg lang, bei diesem Nagelbrett, wo man so Bilder machen kann auch mit Agrabah und so. Da ist so ein Nagelbrett, wo man auch Bilder machen kann. Und da trifft man halt auch oft Aladin-Charaktere. Und da ist auch ein Schild, zu welchen Uhrzeiten. Also da ist es dann auch ausgeschildert, aber nicht in der App. Dann haben wir einmal Pinocchio's Restaurant, also gegenüber, im Teil von Adventureland. Es gibt ja zwei Eingänge für Pinocchio's Restaurant. Eins im Adventureland, eins im Fantasyland. Das im Adventureland, gegenüber davon, das steht auch in der App, könnt ihr zum Beispiel aktuell Peter Pan und Wendy treffen. Aber auch Captain Hook und Mr. Smee und so. Also die sind da ganz oft vertreten und die stehen auch in der App. Und als letztes könntet ihr Glück haben mit Captain Jack Sparrow bei Captain Jacks. Oder generell, Captain Jack Sparrow läuft gern mal im Adventureland rum, beim Piratenschiff oder beim Totenkopf, aber auch oft bei Captain Jacks. Also Jack Sparrow zu treffen, ist tatsächlich eine sehr Glückssache. Wenn er rumläuft, müsst ihr Glück haben, ihn mal anzutreffen. Und ja, da kann ich euch weder Zeiten noch irgendwie Tipps sagen. Einfach Augen aufhalten. Ja, kommen wir vom Adventureland ins Fantasyland. Und da haben wir natürlich einmal Meet Mickey. Dem Meeting Point, wo ihr Mickey Mouse treffen könnt. Steht auch in der App. Und dem Prinzessinnenpavillon, der steht auch in der App. Sehr begehrt. Und beim Prinzessinnenpavillon ist es tatsächlich so, ihr wisst nicht vorher, welche Prinzessinnen ihr treffen könnt. Das war früher mal anders. Da stand immer draußen, welche Prinzessinnen man treffen kann. Aktuell ist es immer eine Überraschungsprinzessin. Und ja, die Wartezeiten für den Prinzessinnenpavillon sind immer unendlich lang. Also mindestens 60 Minuten könnt ihr rechnen, bis, ich glaube, über 200 ist alles drin. Ja, die Prinzessinnen sind sehr beliebt. Dann gibt es einmal bei den Teetassenattraktionen, das steht auch in der App, könnt ihr Alice im Wunderland Charaktere treffen, wie die Herzkönigin oder Dideldam und Dideldum. Ah, da fällt mir noch ein Spot ein, den habe ich jetzt hier gerade vergessen, wo ich über Alice Charaktere spreche. Das haben wir nämlich auch, sage ich gleich zu. Genau, aber die stehen in der App bei den Teetassen. Könnt ihr einfach nachschauen. Kann sich aber auch noch ändern. In der App kann jetzt die Herzkönigin stehen, aber dann habt ihr dann zum Beispiel Dideldam und Dideldum. Also es steht immer, glaube ich, in der App Alice und ihre Freunde oder so. Und wo wir gerade bei Alice sind. Wir haben Alice im November getroffen, auch bei Meet Mickey, da rechts davon. Das kann ich jetzt euch auch immer nochmal anzeichnen. Das war auch ein Spontantreff. Da eher seltener, aber auch schon mal könnt ihr da auch Charaktere treffen. Und wie gesagt, wir haben dort Alice mit Hutmacher. Ich glaube, mit Hutmacher. Also meistens oft ist sie mit Hutmacher, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt... Ihr seht einfach ein Foto, oder? Ne, da sind alle drauf. Das kann ich nicht zeigen. Jetzt haben wir ein Gruppenfoto gemacht. Da haben wir dann Alice getroffen im November, als ich ja mit meiner Mama war und Truppe. Genau, ist mir gerade noch spontan eingefallen. Dann haben wir, jetzt muss ich gerade überlegen. Genau, bei, ich habe mir aufgeschrieben, Sir Mickys Boutique etwas weiter. Also wenn ihr von den Teetasten rauskommt, genau gegenüber ist auch nochmal ein Meetingpunkt. Der steht nicht in der App, aber da steht meistens ein Schild mit den Uhrzeiten. An Halloween war da, glaube ich, Maleficent. Da steht auch mal die Grinsekatze. Letztens habe ich da auch Pinocchio gesehen. Auch Diddle Dumm und Diddle Dumm. Also es wechselt tatsächlich immer unterschiedlich, wen man da antreffen kann. Das ist direkt am Zaun. Also hinter dem letzten Imbiss, da ist so ein Imbiss. Und dann da weiter bei so Bäumen. Ich habe es euch eingezeichnet. Könnt ihr auch Charaktere antreffen. Und wie gesagt, da steht meistens ein Schild mit den Uhrzeiten. Dann haben wir einmal Casey Jr. Dann ganz hinten, das ist auch sehr versteckt. Und da müsst ihr echt auch Glück haben. Oder ihr lauft halt immer um die Mittagszeit hin. Direkt bei Casey Jr. ganz hinten, bevor sozusagen das Tor kommt. Und für die Castmember stehen auch oft Charaktere. Ich glaube auch, letztens habe ich auch Donald und Daisy auf Twitter gesehen. Da stehen aber auch oft Winnie-Pooh-Charaktere. Ja, müsst ihr auch Glück haben. Und da könnt ihr auch tatsächlich Glück haben, weil nicht so viele Leute da hingehen in diese Ecke. Weil die wirklich versteckt ist. Außer man will halt Casey Jr. fahren. Oder man weiß es, dann ist auch meistens nicht so viel los bei den Charakteren. Selbes gilt übrigens im Frontierland. Bei Minnie, hinten bei Cowboy Cookout und bei Goofy. In den letzten Malen, wo ich immer da hingegangen bin, war echt wenig los. Weil es halt die Leute kaum wissen, dass da Charaktere sind, die man treffen kann. Bei den Charakteren in der App kann man direkt generell sagen, ihr müsst immer mit sehr, sehr viel Wartezeit rechnen. Aber zu den Tipps kommen wir gleich. Genau, also Casey Jr. Dann am Eingang vom Fantasyland bei diesem Tor, wo auch die Toiletten dann und Bella Notte kommen. Also bei diesem Tor könnt ihr auch oft Charaktere antreffen. Oft Prinzessinnen wie Rapunzel zum Beispiel oder Belle. Aber auch Meryl Poppins ist manchmal da. Auch mit ihren Pinguinen. Also das ist auch ein beliebterer Spot, wo ihr Charaktere im Fantasyland antreffen könnt. Aber da gibt es weder Tipps noch, also Uhrzeiten. Also generell so mittags ist immer eine gute Uhrzeit mal danach zu schauen. Aber da müsst ihr auch echt einfach die Augen aufhalten und spontan, wenn ihr daran vorbeilauft oder in der Nähe seid und was seht, dann da jemanden anzutreffen. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Bank by It's Small World. Das ist jetzt ein Tipp für Charaktere zu sehen, aber nicht unbedingt zu treffen. Wenn ihr irgendwie euch entspannen wollt, Pause machen wollt vom ganzen Disney in Paris Stress und rumlaufen und sagt, okay, wir machen einen Picknick, ein Sandwich, Essen oder so, dann setzt euch an die Bank bei It's Small World vor diesem großen Tor, wo auch die Parade rauskommt. So um die Mittagszeit auch. Dann könnt ihr da Glück haben, weil da laufen immer die Charaktere rein und raus. Vor allem auch die Prinzessin aus dem Prinzessin-Pavillon laufen da rein und raus. Die wechseln da im halben Stunde Takt. Und auch die ganzen anderen Charaktere zum Beispiel zu, wie heißt das, Aubertus de Saint-Rion laufen da lang und so weiter. Also wenn ihr Pause machen wollt, dann sucht euch am besten die Bank by It's Small World aus. Hallo aus der Zukunft. Auch die Prinzessin-Pavillon war da auch die Prinzessin-Pavillon. Früher, vor ein paar Jahren oder auch vor Corona war die Ultimate eigentlich der Spot für Sonntagsmittags random tolle Charaktere treffen. Ich habe da schon mal Gaston getroffen und Belle und das Biest oder mit ihrem Prinzen halt. Nicht das Biest, sondern der Prinz davon. Und ja, das war so früher der Mega-Hotspot. Mittlerweile nicht mehr ganz so, weil es hier sich immer mehr rumgesprochen hat. Aber immer noch zwischendurch bekommt ihr da auch richtig tolle Charaktere. Und jetzt an Weihnachten war da auch Stitch, bevor er in Videopolis eingezogen ist. Genau. Jetzt ist er ja da, wo der Weihnachtsmann vorher war. Ansonsten war vorher Stitch bei der Old Mill. Und ich habe euch ja gesagt, bei It's Small World die Bänke zum Ausruhen. Aber gegenüber von den Bänken habt ihr auch manchmal Charaktere, wie zum Beispiel Pinocchio oder Geppetto. Haben wir da auch schon mal getroffen letztes Jahr. Und da habe ich nämlich die Bilder gesehen und dachte, ah ja stimmt, da stehen auch noch öfter Charaktere, wie jetzt zum Beispiel Pinocchio oder Geppetto. So, ansonsten, was ich noch dazu verfügen kann, jetzt nicht zu den Ländern, aber wo ihr auch noch Charaktere treffen könnt, das habe ich auch vergessen, ist natürlich beim Character Dining. Also wenn ihr viele Charaktere treffen möchtet, ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmt, dann habt ihr ein Essen mit Charakteren. Und das geht aktuell im Plaza Gardens zum Frühstück. Da habt ihr dann vier Charaktere, das haben wir auch schon mal gemacht. Das Frühstück ist aber grottenschlecht. Und man ist, also ich habe jetzt auch in letzter Wochen gehört, dass die Experience nicht ganz so toll ist, weil man wird sehr schnell durchgerusht. Das Frühstück ist halt nicht so besonders und die Charaktere haben auch leider nicht so viel Zeit. Selbes gilt für Plaza Gardens beim Abendessen. Gibt es auch Charaktere, da glaube ich auch vier oder fünf Stück. Und da habe ich ja letztens auch leider gehört, dass es sehr schnell durchgerusht wurde bei den Charakteren. Und ja, es ist auch sehr teuer ist. Genau, das sind die zwei Plaza Gardens Spots. Und dann könnt ihr natürlich noch das Auberge de Saint-Rion buchen. Da gibt es nicht mehr das Frühstück leider. Aber Mittag- und Abendessen, da könnt ihr natürlich die Prinzessinnen treffen. Auch, also wer Prinzessinnen liebt und keine Lust auf den Prinzessinnen-Pavillon hat, auf das lange Warten, geht ins Auberge de Saint-Rion. Das Essen ist sehr, sehr lecker. Das Beef kann ich euch echt empfehlen. Und ja, ihr könnt dann auch vier Prinzessinnen, glaube ich, treffen. Und manchmal auch Mini-Maus in ihrem Prinzessinnen-Outfit oder Susi und Perla von Cinderella sind manchmal auch da. Und wenn jetzt das Disneyland Hotel eröffnet, dann haben wir natürlich noch zwei weitere Restaurants, die Character Dining anbieten werden. Und zwar einmal die Royal Banquet Hall, das Buffet-Restaurant im Disneyland Hotel. Dort werdet ihr dann Miki und Mini haben, in deren Royalen Outfits plus dann andere Charaktere. Das ist uns noch nicht bekannt. Und in La Table de Lumière könnt ihr die Prinzessinnen mit Prinzen treffen. Die wechseln aber wahrscheinlich auch ab. Und ich weiß auch nicht, wie viele es sind. Das kommt dann wahrscheinlich erst... Also die ganzen Informationen werde ich euch dann gerne liefern, wenn das Disneyland Hotel eröffnet. Ihr wisst ja, ich übernachte dort zur Eröffnung. Und da werde ich euch natürlich einige Videos mitbringen. Und euch diese Informationen auch weitertragen. Die Restaurants im Disneyland Hotel können aber aktuell nur von Disneyland Hotel Resort, also Disneyland Hotel Gästen reserviert werden. Also ihr müsst da drin übernachten, um die Restaurants buchen zu können. Ja, so. Und jetzt wieder zurück in die Vergangenheit. Das war's im Fantasyland. Im Discoveryland gibt's tatsächlich nicht so viel. Da gibt's noch aktuell zwei Meeting Points. Ähm, der eine wird aber zur neuen Season wahrscheinlich wieder abgeschafft. Oder es kommt Mini zurück. Einmal im Videopolis. Da ist aktuell Stitch drin. Davor war der Weihnachtsmann da drin. Und davor war halt dieses Pariser Thema mit Clarabelle, Mini und Daisy. Die haben ja sich auch abgewechselt, ähm, drin zum Treffen. Stand aber auch in der App. Und einmal Starport. Da könnt ihr Darth Vader oder auch Chewbacca mal, wenn ihr Glück habt, antreffen. Oder Boba Fett. Ähm, und da stehen die Zeiten auch in der App. Aber wen ihr da antreffen könnt bei Starport, ist auch immer unterschiedlich. Meistens ist es in den meisten Fällen, ist es Darth Vader. Manchmal könnt ihr Glück haben und dann könnt ihr Chewbacca treffen. Ja, das waren die ganzen Meeting Points im Disneyland Park. Ja, ihr seht, es sind ein, sehr, sehr viele. Und viele davon, wie gesagt, nicht, äh, in der App hinterlegt. Kommen wir weiter in die Walt Disney Studios. Und da wisst ihr, ähm, das ist jetzt der aktuelle Stand. Die Walt Disney Studios stehen ja unter einer Transformation. Das heißt, in den nächsten Wochen und Monaten wird sich da vieles ändern. Studio 1 wird geschlossen. Ähm, der Bau von Arendelle und so weiter. Was in den nächsten Monaten, Wochen da passiert, äh, ist natürlich offen. Und deswegen ist das der aktuelle Stand. Wie gesagt, das kann sich immer ändern. Ähm, ja, im Frontlot, äh, wenn ihr direkt am Eingang reinkommt, direkt vor dem Laden, links, könnt ihr Goofy antreffen. Egal zu welcher Jahreszeit. Ähm, ansonsten Goofy in seinem Movie Outfit. Und jetzt im Winter, äh, Goofy in seinem Weihnachtsmann Outfit. Steht aber auch in der App. Ist auch ein echt schöner Meeting Point. Ähm, ganz, ganz hübsch gemacht. Dann nochmal im Frontlot, auch da, wenn ihr zu Studio 1 geht, so rechts, bevor ihr reingeht, äh, vor der, vor dem Eingang, könnt ihr manchmal, wenn ihr Glück habt, Mary Poppins antreffen. Pluto, Minnie stand auch schon mal da. Also ganz random Charaktere sind da manchmal, ähm, anzutreffen. Aber, ähm, ja, auch wieder Glückssache. Ähm, dann, äh, jetzt glaube ich, gestern, war das gestern? Ja, gestern war wieder Mary Poppins da zum Beispiel. Ähm, ja, wie gesagt, müsst ihr Glück haben. Ähm, dann im Toon Studio, steht auch in der App, könnt ihr aktuell Usher treffen, noch bis 7. Januar. Und dann, wahrscheinlich zieht wieder Olaf ein. Ähm, man weiß es noch nicht, das steht noch nicht fest. Aber früher war halt Olaf drin, bevor Usher reinkam. Ähm, und dann haben wir einmal den Avengers Campus generell. Ähm, da wissen wir ja schon seit der Eröffnung vom Avengers Campus, dass man dort Charaktere antreffen kann. Viele verschiedene Charaktere, aber zu welchen Uhrzeiten? Da gibt es ja überhaupt keine festen Uhrzeiten. Ähm, wann jetzt Thor rauskommt oder Loki oder Captain Marvel oder so. Da müsst ihr halt euch auf dem Avengers Campus aufhalten und geduldig warten. Oder ihr lauft zufällig durch und seht jemanden, das passiert ganz oft. Ähm, ja, generell der Avengers Campus ist voller Superheroes, aber da müsst ihr echt Glück haben. Außer ihr geht in die Avengers Campus Hero Training Center. Da könnt ihr auf jeden Fall einen treffen. Aber da müsst ihr euch weiterhin mit der Virtual Queue anstellen. Also, da müsst ihr euch über die App ein Ticket sichern. Ich habe dazu ein Video gemacht. Schaut da gerne mal vorbei. Ich weiß nicht mal, wie viel Uhr es war. Ob es um halb zehn war oder um viertel nach zehn. Aber es steht auch in der App drin, wann das freigeschaltet wird. Und ihr müsst euch dann halt virtuell anstellen. Und dann bekommt ihr eine Uhrzeit, wann ihr wieder zurückkommen müsst zur Hero Station. Ähm, und dann könnt ihr da jemanden antreffen. Und bei wen, das wisst ihr, glaube ich, vorher auch nicht. Ich glaube, ganz am Anfang konnte man auswählen, ob Spider-Man oder jemand anders. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, total random. Ähm, dann gibt es noch einen festen Meeting Point. Der steht auch in der App drin. Und zwar am Eingang vom Avengers Campus könnt ihr zum Beispiel Ant-Man oder The Wasp treffen. Manchmal steht da auch Groot. Ähm, das ist direkt am Eingang vom Avengers Campus. Ähm, und steht auch in der App drin. Dann gibt es noch bei World of Pixar könnt ihr, steht auch in der App drin, einmal Jessie oder Woody treffen. Manchmal auch Buzz Lightyear. Ähm, es sind auch immer zwei Charaktere. Aber ihr müsst euch immer separat anstellen. Also es ist nicht so, dass ihr durchlaufen könnt zu beiden Charakteren. Ihr müsst euch, soweit ich weiß, separat bei beiden, äh, anstellen. Ja. Und manchmal, wenn ihr sehr, sehr viel Glück habt, äh, steht auch weder in der App noch irgendwelche Zeiten, könnt ihr Sully treffen an diesen Schreimaschinen von Monstagi an dieser Tür. Ähm, ganz, ganz selten kann, kommt da mal Sully raus. Ähm, also ich habe ihn persönlich, glaube ich, da so direkt noch nicht getroffen. Während Corona mal, ja. Aber ich glaube, da war es, ich weiß nicht, ob das auch feste Zeiten war. Ähm, ja. Also da müsst ihr sehr, sehr, sehr viel Glück haben, äh, um Sully dort zu treffen. Ja, das waren jetzt auch die Walt Disney Studios. Wie gesagt, nicht ganz so viele Meeting Points, aber auf dem Avengers Campus lauft ja auch viel rum. Und, äh, was ich übrigens vergessen habe zu sagen, wenn ihr irgendwelche Tipps noch habt, oder irgendwelche Locations, die ich jetzt vielleicht nicht genannt habe, weil es schon sehr viele sind, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare und hilft der Community, ähm, bei diesen Charakteren. Ähm, ja. Das war es aus den beiden Parks. Kommen wir noch zu den Hotels. Und da bin ich mir tatsächlich gar nicht so unsicher mit den Zeiten. Ähm, könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Dauerhotelgäste seid und wisst, wann die Charaktere und wie viel Uhr die Charaktere in den Hotels sind, schreibt es gerne auch unten in die Kommentare. Also, einmal haben wir, äh, natürlich in jedem Hotel, wie es jetzt im Disneyland Hotel sein wird, weiß ich nicht. Aber im Cheyenne, im Santa Fe, in the Sea Curlodge und im Newport Bay könnt ihr Charaktere antreffen. Und zwar, ich glaube, morgens von 8.15 Uhr bis 11 Uhr. Und dann nochmal abends von 19.30 Uhr bis 22.15 Uhr. Wie gesagt, bei den Uhrzeiten aber keine Gewehr. Ich habe die jetzt mal irgendwo gelesen. Aber ich bin nicht so oft in den Hotels und treffe sehr selten Charaktere in den Hotels. Ähm, und da haben auch die Charaktere oft schon Outfits mittlerweile, passend zum Hotel. Also, im, äh, Santa Fe hat auf jeden Fall Minin-Outfit, Pluto, äh, Mickey und so weiter. Also, die haben immer dann die passenden Outfits zum Hotel. Auch in der Sea Curlodge ist auch Max manchmal da mit seinem, ähm, keine Ahnung, wie es nennt, Bergfeller-Outfit oder so. Äh, Holzfeller-Outfit. Ähm, und im Newport Bay habt ihr dann auch diese Maritim-Outfits, die echt schön sind. Also, irgendwann muss ich mich auch mal im Newport Bay, ins Newport Bay Club bewegen für das Charaktere-Meeting. Weil da sind die Outfits auch echt schön mit Goofy und Mickey und, äh, ich glaube Donald in deren Maritimen Outfits. Ähm, wo man die Charaktere antreffen kann, im Newport ist es auf dem Weg zum Convention Center. Ähm, da ist der Meeting Point. Beim Santa Fe ist es, äh, direkt am, bei der Hotel-Lobby. Bei der Sea Curlodge ist es, ähm, gegenüber vom Shop. Und beim Cheyenne, weiß ich nicht mehr. Beim Cheyenne, weiß ich es nicht. Da könnt ihr mir auch gern weitererhelfen in den Kommentaren. Ähm, genau. Und, äh, generell so die Wartezeiten in den Hotels können natürlich auch variieren. Ähm, generell nach Parköffnung morgens, äh, habt ihr weniger Wartezeit bei den Charakteren. Wenn sie bis 11 Uhr da sind und der Park macht schon um 9 Uhr auf, dann gehen natürlich die meisten Leute in den Park. Und abends beim Feuerwerk, also wenn, ähm, Feuerwerk läuft oder der Park lange offen hat, dann könnt ihr auch Glück haben und in den Hotels nicht so viele Wartezeiten haben. Ja, und dann gehen wir direkt über zu den Tipps. Ähm, das war's nämlich zu den Charakteren. Im Village generell könnt ihr keine Charaktere treffen. Und im Hotel New York ist es ja immer noch diese, wie hieß es denn da? Da gibt's auch so eine Art Training Hero Station. Ähm, und zum Hotel New York weiß ich tatsächlich nichts. Ähm, früher musste man sich da anmelden, um dann da reinzugehen. Das war aber auch während Corona. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Da könnt ihr mir auch gern weiterhelfen. Ich hab ja schon so viel zusammengetragen, so viele Tipps. Ich kann ja auch nicht alles wissen, ne? Deswegen könnt ihr mir da gerne weiterhelfen, wenn ihr auch was zum Hotel New York wisst, gern unten in die Kommentare. Und dann kommen wir noch zu meinen Tipps und Tricks. Zu geringeren Wartezeiten, zur Interaktion, wann am besten Charaktere treffen. Ja. Fangen wir an mit den Extra Magic Hours. Das sage ich ja immer wieder. Egal für was, Charaktere, Attraktionen, nutzt die Extra Magic Hours. In den Extra Magic Hours ist es aber nur so, dass ihr die Charaktere am Anfang der Main Street, also bei Mickys Haus, wie ich es am Anfang gesagt habe, und bei der im Ausgang der Liberty Arcade, bei Casey's Corner, antreffen könnt. Da sind die zwei Locations in der Extra Magic Hours, um Charaktere zu treffen. Und wenn ihr direkt dorthin geht morgens, kann ich euch garantieren, ist super wenig los. Der Park macht meistens gegen 8 Uhr auf, manchmal halb 9. Ihr müsst dann immer gucken, was in der App steht. Wenn ihr direkt dahin steuert, dann habt ihr echt Glück und habt wenig Wartezeiten für die Charaktere. Also Extra Magic Hours. Dann zum Thema, wie interagiere ich mit den Charakteren? Weil das fragt ja mich auch ganz oft, ja, was sagst du denn zu den Charakteren? Wie weißt du, ich sag mir immer, ich überlege mir was vorher im Kopf. So ein, zwei Fragen, die ich dem Charakter stelle. Und dann müsst ihr gucken, ob der Charakter reagiert. Es kommt ja immer noch an, ist es eine Prinzessin, also jemand, der direkt mit euch antwortet, oder ist es ein Plüsch-Charakter, der antwortet halt nur mit Gestiken. Da müsst ihr halt ein bisschen mehr interagieren. Aber überlegt euch vorher, was ihr sagen möchtet. Haltet euer Autogrammbuch bereit, wenn ihr ein Autogramm möchtet von den Charakteren. Also den Stift auf jeden Fall und das Autogrammbuch schon. Dann geht es erstmal schneller. Da müssen die hinter euch nicht so viel warten. Und es ist auch immer ein guter Icebreaker, so ein Autogrammbuch. Dann ist der Charakter erstmal beschäftigt und so. Und dann habt ihr auf jeden Fall schon mal was für den Charakter zu tun, wenn ihr nicht wisst, wenn ihr überhaupt was sagen wollt. Dann bekomme ich auch immer die Frage, darf man Fotos mit deinem eigenen Handy oder Kamera machen? Ja, dürft ihr. Es ist nicht verboten. Ihr dürft so viele Fotos und Videos machen mit eurem Handy, eurer Kamera, wie ihr wollt. Es ist nicht verboten. Und bei vielen Charakteren gibt es einen Fotopass-Fotografen. Der macht dann auch Fotos von euch. Und wenn ihr keinen Fotopass habt, dann bekommt ihr so ein Pappkärtchen und müsst die Fotos natürlich nicht kaufen oder anschauen. Könnt ihr natürlich, ist euch überlassen. Aber es ist auch nicht immer ein Fotopass vorhanden. Also denkt dran, eure Kamera oder euer Handy immer gut aufzuladen, dass ihr es auch griffbereit habt, wenn ihr spontan einen Charakter seht. Dann, was auch mal ganz gut hilft, ist thematisierte Kleidung. Also sagen wir mal, ihr möchtet unbedingt Micky treffen und ihr habt was von Micky an. Dann hilft es auch immer so, auch ein Icebreaker mit Micky in Interaktion zu kommen. Oder bei den Prinzessinnen, wenn ihr ein kleines Mädchen habt und die möchte unbedingt Aurora treffen, sie hat ein Aurora-Kleid an, dann ist das auch mal ein Icebreaker. Und kommt man auch direkt immer mit in die Interaktion mit den Charakteren. Ich habe es eben schon gesagt, bei X schauen. Wenn ihr im Park unterwegs seid, ich weiß, ihr seid eigentlich mit anderen beschäftigt. Aber wirklich, wenn ihr Charaktere treffen wollt und nicht wisst, wo gerade spontaner Charakter ist, dann schaut bei X vorbei. Und habe ich auch schon mal gesagt, mit offenen Augen durch den Park. Vor allem Sonntag, Vormittag bis Mittag ist eigentlich ein guter, oder wenn Feiertag ist, ist es eigentlich eine gute Zeit generell, Vormittags bis Mittags, um dort nachzuschauen und um Charaktere zu treffen. Denn ja, spontane Charaktere sind meistens so zwischen 11 und 14 bis 15 Uhr. So roundabout nach 15 Uhr gibt es eigentlich keine spontanen Charaktere mehr. Nur noch die in den Apps, die festgeschrieben sind. Ja, begehrte Charaktere, wie zum Beispiel Stitch aktuell, also Stitch ist immer begehrt. Usher oder auch Mandalorian im März, wo wir da waren, stellt euch früh genug an. Bei Mandalorian weiß ich, dass wir drei Stunden gewartet haben, bevor er überhaupt kam. Ich weiß, bei Stitch hat auch jemand jetzt drei Stunden gewartet in der Schlange. Und da als Tipp, wenn ihr wirklich sagt, okay, ich möchte diesen Charakter treffen, macht das als erstes morgens. Wenn Stitch um 10.30 Uhr kommt, dann stellt euch meinetwegen schon um 9.30 Uhr oder um 9 Uhr in die Schlange ein. Dann geht es wirklich schneller, als wenn ihr euch erst anstellt, wenn die Schlange offen ist. Ja, ihr werdet auch nicht die Ersten sein wahrscheinlich. Also früh genug hinstellen bei begehrten Charakteren. Auch bei Usher muss man sich jetzt mal eine Stunde, bevor sie kommt, schon in die Schlange stellen. Weil ihr habt dann auch das, bei Mando war es ja auch so, oder bei Usher auch, habe ich das ganz oft gehört. Die Schlange ist dann irgendwann zu. Die machen die Schlange zu, dann können nicht mehr Leute rein in die Schlange. Auch wenn ihr dann zur Eröffnung kommt, kann es schon sein, dass da so viele Leute in der Schlange stehen, dass sie dann schon zu ist, gesperrt. Da könnt ihr euch dann nicht mehr anstellen. Und mein letzter Tipp sozusagen ist die Priority Card. Wenn ihr eine, also ich habe ja mal ein Video gemacht zur Priority Card jetzt im November, schaut da gerne mal vorbei. Wenn ihr Priority Card berechtigt seid, nutzt es auch für die Charaktere. Es erspart euch Wartezeiten. Aber da müsst ihr auch schnell sein für die Termine. Das hatte ich auch in der Priority Card Video gesagt. Wenn ihr Charaktere treffen wollt, wie jetzt zum Beispiel Winnie Pooh oder jetzt zur Winterzeit oder Chip and Dale, müsst ihr direkt um 10 Uhr die Termine einsammeln für den ganzen Tag. Sonst sind sie auch weg. Die sind auch limitiert pro Tag. Und wenn ihr dann später kommt, ein, zwei Stunden später, können sie schon weg sein für den Tag. Und dann müsst ihr euch leider normal anstellen und ihr habt Pech gehabt. Deswegen auch da früh genug eure Termine einsammeln. Ja, das waren meine Tipps zum Charaktertreffen. Das ging jetzt auch länger als gedacht, mein Geschwafel. Aber ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Das haben nämlich viele angefragt, dass ich mal so ein Video mache. Und ja, ihr wisst, Charaktere treffen ist mein Ding. Ich liebe es. Ich mache es sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, dass ich 2024 auch ganz viele neue Charaktere treffen kann. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir da einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.